Ja genau, da gehe ich einmal gucken und schon bin ich tot, hab ich es gesehen. Hä, was, ich, ich, nee. Oh, nice. Machst du. 90 machst du nix. Was ist einer? Alter, das fand ich nett. Geil, Alter. Es gibt nichts anderes als Heuschenupfen. Doch, zwei Heuschnupfen. Alter. Toilette. Ne, das war Fabi. Fabi will nicht Blätter anzünden. Was rede ich? Noch zwei. Noch zwei. Oh, der ist auf jeden Fall da oben. Fremd G69! 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 Fremd G63! Da war der Schauspieler von Sport1 LateMovie da. Wir müssen uns konzentrieren und erst mal zu zweit machen, sonst wird dann wieder nix. Wir schaffen das hier, ich will den Bonus haben, los. Du bist grad gestorben. Ja, ich bin nach dir gestorben. Sollen wir den nächsten Wargame zusammenzocken? Ja, lass was machen. Ja, so in 20 Minuten. Wir machen auch erst noch eine. Fremd G69. Fremd G69. Toilette. Ich dachte grad, wo ich hier nicht bin. Von rechts. Besuch am Anfang zu messern. Was? Weil die am Anfang noch schwach sind. Lass ihn hochkommen, lass ihn hochkommen. Gibt mehr Kohle. Kann das doch nicht mit diesen Messern. Knies! Fremd G69. Fremd G69. Fremd G69. Fremd G69. Nicht killen. Ja doch, ich brauch ja Geld. Toilette. Nein! Dann kann ich hier keine P90 kaufen. Ja, aber dann müssen wir noch ne Wette mehr. Ja, mach halt. Jetzt kann ich meine kaufen. Alex69. Fremd G69. Pfff. Ah, Alex69. Ruf ihn an. Nicht. Komm, ein Catcher im Haal. Okay, mal. Hast du ihn aus? Der letzte ist Heavy. Dein Mutti ist Heavy. Echt cool. Fremd G69. Fremd G69. Fremd G69. Äh. Ne, ich mach das aber mit Rechtsdeck noch. Ah, funktioniert wirklich. Granate. Toilette. Oh, blick. Die brennen auf jeden Fall. Die brennen auf jeden Fall. Wow, die sind on spot. Wow, mein CS hat sich geschlossen. Hallo. Wieso schießt nicht mein CS, Alter? Wieso schießt nicht mein CS, Alter? Ah, Event Horizon. A classic inverted coaster. Ich versteh's nicht. The most people can't appreciate the... Oh, right. Terrace. You should probably kill them. Das muss man alles verstehen. Das CS einfach seit dem Update sich immer schließt auf einmal. Das geht ganz schön auf die Nüsse. Höfe? Ich bin ein Taub. Wüsst nicht. Was... Was sagt... Was sagt eine Nuss, wenn sie niesen muss? Keine Ahnung. Cashew. Mhm. Ich seh. 97 hat der letzte. Stirb bitte nicht. Denker. Wieso empfängt man in Afrika keinen 3-Satz? Er fällt mir nix zu ein, ganz ehrlich. Weiß nicht warum ich... Die kriegen noch nicht mal zu 2-Satz. Was? Okay, der hat kurz gebraucht. Das war aber auch ungefähr. Wollt ihr noch 1-Satz machen, oder? Wie geht's bei euch aus? Ah ja. Wir machen noch 15 kills, dann haben wir es. Ja, dann können wir noch 1-K. Juhu. Rantgen 9 und 16. Da 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 da. Ah genau, ich wollte es zu. Wo ist die Werbung? Oh Gott, Alter. Alle da oben. Oh Gott, Alter. Alle da oben. Sechs Schuss. Nächstes Mal sagst du Bescheid, ich komm und helf dir. Ja, die kommen halt und töten mich dann direkt. Nein, die dürfen die nicht, Fabi. Aslax. Stopp, stopp, stopp. Welches spielt ihr? Ja, ich seh dich nicht. Ja, ich seh dich nicht. Ich muss doch Alex sogar leiden können. Ich hab dich schon. Toilette. Dann bist du auf das Klo. Dann verscheuchst du dich aber immer mit deinem Mollo. Nee. Mit dem Messern dann anfangen. Ja, ich... Ich... I've tried so hard. Mit Rechtsklick aber. And get so hard. Ganz wieder. Ja. The end. Ich bin grad noch. Das ist nicht even better. So. Kommt mal irgendwo der Heavy, ne? Nee, Otton. Was? Wo haben wir der Scout, Alter? So. Die letzten 5, wir haben Full Life. Come on, Fabi. Komma, man. Bist du auch Full Life? Let's do it! Okay, jetzt kommen sogar wieder ein Heavy. Kaufe ich mir noch ne Pistil. Lass ihn kommen. Ja, ich bin auch gleich tot. Oh Gott. Ja. Wenn sie runter springt. Meiner kommt. Oh Gott. Die Bombe liegt hier. Okay. Hier ist ein Heavy. Ich hab... Ich hab... ich hab... Ich hab... ... Ich hab... Wer seid ihr? Äh, auch gleich fertig